Und am siebten Tage ruhte der Herr, als sein Werk vollbracht war. Und er sah, dass es gut war. Aber Moment mal, eines hat er übersehen. Boah, hey, geil, ey! Mam-Tam, Mam-Tam! Mam-Tam! Wenn du in dem Sitz und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgetragen, das ist, das ist ein Gefühl von Freiheit, das ist total geil, das ist unbeschreiblich. Wuh! Mam-Tam! Ich bin nicht beleidigt, ich brauch kein Abitur, das ist doch sowieso nur Luxus. Mensch, Berti, reg dich bitte ab. Du wirst jetzt wohl auch studieren, nicht? Wenn du das Rennen fährst, mach ich bei der Wahl mit. Ich lass mich doch nicht von dir erpressen. Ich fahr hier für deine Einbauküche und du machst hier so einen Scheiß. Wie findest du mich eigentlich so? Niedlich! Warum tankst du dein Blei frei? Ja, Umweltschutz. Damit die Bäume nicht sterben. Aber mit Verbleiben würde die Karre natürlich tiefer liegen. Blei ist schwer, das zieht runter. Bringt gut 10 Zentimeter. Boah, du blödes Pack, ey! Merk dir los, du Arsch! Was willst du denn? Was willst du denn? Sei hier nicht zum Rennen, nicht zum Rennen! Der Film, auf den die Nation wartet. Boah, ey! Boah, ey! Untertitelung des ZDF, 2020